Servus und hallo an die rot-blaue Einheit und alle WSV Fans da draußen, euer Kevin Hagemann hier. Wie ihr wisst geht es Sonntag wieder rund für unsere A-Jugend und zwar um 11 Uhr am Ullendal im DFB-Pokal Achtelfinale gegen den SV Sandhausen und wie ihr wisst haben wir schon vor geraumer Zeit auch den 1. FC Nürnberg bekanntlicherweise einen Bundesligisten aus dem DFB-Pokal geworfen und damit das wieder gelingt brauchen wir eure Unterstützung. Deswegen alle 11 Uhr Sonntag am Ullendal. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Kevin Hagemann.